Der Sieger von Lillehammer Kamilstock Schaut den Rekord an! War das? Was für ein Satz und das jetzt! Mein Wahnsinn! Mit Telemach zumindest hat er versucht Schaut den Rekord an! Der Training hat sogar ein bisschen gespät Aber da Der drüber Die Arme sowas von ruhig Der ganze Sprung kommt nur aus den Beinen Schau mal, sich der Landung auf Seht ihr da in ihm? Hat da eine kleine Unsicherheit 143,5 Meter Das ist jetzt der offizielle neue Schatzrenkord Und in unten trotzdem noch gewaltig